Hallo, ich bin Sebastian Meusel. Ich bin Mitarbeiter in der zentralen Studienberatung der Technischen Hochschule Köln oder kurz TH Köln. Wir sind mit 27.000 Studierenden gleichzeitig auch die größte staatliche Fachhochschule in Deutschland. Als Fachhochschule zeichnen wir uns unter anderem mit einem sehr hohen Anwendungsbezug der Lehre aus. Das bedeutet, ihr sitzt nicht nur im Hörsaal und verfolgt eine theoretische Vorlesung, beispielsweise im Bereich Mathematik, sondern habt optimalerweise noch am selben Tag die Möglichkeit, diese theoretischen Inhalte anzuwenden im Rahmen eines Projektes oder aber durch die Arbeit im Labor oder in einer Werkstatt. An der TH Köln werden über 90 Bachelor- und Masterstudiengänge angeboten in den Bereichen Technology, Arts und Science. Das sind Studiengänge, beispielsweise im Bereich der angewandten Naturwissenschaften, hier im speziellen der Chemie oder aber in den angewandten Sozialwissenschaften, die Architektur, Bauingenieurwesen, Informatik, aber auch Themen wie Kultur, Gesellschaft, Gaming oder Design werden angeboten. Uns ist es wichtig, dass ihr nicht nur bestehendes Wissen lernt, sondern dass wir euch befähigen, auch neues Wissen zu generieren und damit unsere Gesellschaft aktiv mitzugestalten. Ihr werdet bei uns an der Hochschule Szenarien durchlaufen, die euch auf zukünftige potenzielle berufliche Handlungssituationen vorbereiten. Wir möchten uns mit Begriffen wie Nachhaltigkeit, Familienfreundlichkeit und Weltoffenheit identifizieren und wollen die Werte, die hinter diesen Themen stecken, auch an unsere Studierenden weitergeben. Bei uns studieren Menschen aller Altersgruppen, aller sozialer Schichten mit vielen kulturellen Hintergründen. Bei uns studieren Personen, die gerade das Abitur erlangt haben oder die volle Fachhochschulreife und sich entschieden haben, direkt im Anschluss ein Studium zu beginnen. Genauso sind bei uns Personen, die schon eine Berufsausbildung abgeschlossen haben und sich dann im Anschluss dafür entschieden haben, sich nochmal intensiv wissenschaftlich mit einer Thematik auseinanderzusetzen. Aber auch ohne Abitur oder ohne die Fachhochschulreife kann man bei uns studieren, indem man sich beruflich über eine Berufsausbildung und anschließend mindestens drei Jahre Berufserfahrung oder alternativ dazu eine Meisterausbildung qualifiziert. Abschließend bleibt mir noch zu sagen, wir freuen uns auf euch, auf die Gespräche mit euch. Ihr könnt uns in der zentralen Studienberatung stellvertretend für die TH Köln jederzeit erreichen, wenn ihr Fragen habt. Am besten bei Google einfach die Begriffe TH Köln und zentrale Studienberatung eingeben. Dort findet ihr dann unser Beratungsangebot und unsere Kontaktmöglichkeiten. Untertitelung des ZDF, 2020